Metakognition, freie Assoziation, Achtsamkeit. Wenn ich diese drei Begriffe an den Anfang dieses Audios stelle, das sind ja drei wichtige Begriffe, die uns häufiger begegnen im Kontext auch der Psychotherapie, aber sicherlich auch über den Kontext, den Rahmen der Psychotherapie hinaus, im Rahmen der Kommunikation, im Rahmen überhaupt menschlicher Kontexte, kommunikativer Kontexte, sprachlicher Kontexte, vielleicht philosophischer oder sogar spiritueller überbauten. Metakognition, wenn wir da am Anfang ein Zitat leisten, aus der Wikipedia ganz konkret, das ist ja so eine wichtige Grundorientierung, die man immer wieder zu Rate ziehen kann, wie so eine kleine Enzyklopädie und da ist auch einiges drin, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist ganz wichtig, deswegen machen wir uns ja auch belesen und gucken mal dahin und mal dorthin. Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen, zum Beispiel den Gedanken, den Meinungen, den Einstellungen, der Aufmerksamkeit, der Kreativität, also ich ergänze hier des Denkens im weitesten Sinne, auch der Wahrnehmung, also das Denken über das eigene Denken, das ist hier das Entscheidende, das Denken über das eigene Denken, beziehungsweise das Wissen über das eigene Wissen. Die Bezeichnung ist abgeleitet von Griechisch meta, sinngemäß über und Kognition, eine Sammelbezeichnung für alle geistigen Vorgänge und Inhalte, die mit Wahrnehmung und Erkennen zusammenhängen. Das Zitat ist ganz interessant und das kann man sicherlich für diesen Begriff Metakognition ganz schön nehmen und sich daran orientieren. Freie Assoziation ist uns bekannt, dieser Begriff aus der Tiefenpsychologie, ganz besonders eben der Psychoanalyse, also tiefenpsychologischer Verfahren, wo es heute auf jeden Fall genauso wie vor über 100 Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat, einen Menschen immer wieder letztendlich in einen freien, assoziativen Prozess kommen zu lassen. Er darf frei assoziieren, seine Gedanken sind frei. Gedanken sind frei, ist ein Audio beispielsweise auch, auf das ich in dem Zusammenhang hinweise. Freie Assoziation bedeutet, wir sind ständig irgendwo in einer Wahrnehmung oder in einem Erkennen oder einem Denken, in einem Analysieren, frei assoziierend unterwegs. Uns fällt dieses ein und uns fällt jenes ein, das beinhaltet ja auch die Gedächtnisfunktion, die wir haben, das Kognitive. Wir bekommen da einen Hinweis, wir vergleichen, wir differenzieren, vor allem vergleichen wir immer wieder im Leben und die Vergleiche finden ständig frei assoziativ statt und dadurch bekommen wir im Grunde genommen die Erkenntnisse. Also wir bekommen neue Gesichtspunkte, die sich immer wieder neu und fort kreieren, von jedem Moment in den anderen Moment hinein. Insofern ist es wichtig, immer wieder auch einen freien Assoziationsprozess zuzulassen und den quasi frei bestimmend entstehen zu lassen. Ein Problem ist immer wieder, wenn Menschen einseitig denken, wenn sie einseitig ausgerichtet sind, wenn sie nur noch Aufgaben orientiert sind, wenn sie vielleicht nur noch Schema orientiert sind, wenn sie verbissen eine bestimmte Sache verfolgen und etwas anderes gar nicht mehr sehen. Also immer wieder letztendlich vereinseitigt sind und damit nicht mehr in einem Ausgleich sind. Insofern ist freie Assoziationen ein ganz wichtiger Ausgleich. Und ich würde geradezu sagen, von der Praxis her ist diese Anleitung zu einer freien Assoziation oder die Aufforderung zu einer freien Assoziation etwas Befreiendes. Befreiendes im Sinne von Pathologie, Einseitigkeit und so weiter. Also wenn Menschen sagen, mach dich frei einfach, denk mal frei an dieses, jenes, mach einen Spaziergang, nimm ein Essen mit uns hier zusammen zu dir, trink einen Schluck Bier oder einen Schluck Wein oder was auch immer, dann lass es einfach laufen. Lass es frei laufen. Das ist ja die Aufforderung. Du bist frei. Du bist frei und gleichzeitig verantwortlich für das, was passiert. Und das hat natürlich zu tun mit diesem dritten Begriff Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, es ist vieles vorhanden. Ich habe eine Tagesform, ich habe eine Tageswachheit oder eine Tagesmüdigkeit. Ich habe eine bestimmte Befindlichkeit. Vielleicht ist da so eine gewisse Melancholie ja an diesem Tag oder ist an dem Tag zufälligerweise eine Glücklichkeit da. Das sind alles Dinge, die ich nicht vollkommen beeinflussen kann, mit denen ich zwar lernen kann, umzugehen und mich denen anzupassen, aber sie sind im Grunde genommen Grundfärbungen, die irgendwo von irgendwo herkommen und aus irgendeinem Grund so sind. Wegen des Wetters, wegen der familiären Umstände, wegen deinem Projekt, das du hast, wegen dem Grad der Helligkeiten und Gott weiß was. Wir können es nicht vollkommen bestimmen. Wir sind einfach dem auch ausgesetzt und wir passen uns dem an. Und das ist ja im Konzept der Achtsamkeit etwas ganz Wesentliches, mit den Dingen so umgehen zu können, wie sie einfach nun mal sind. Ich habe ein Wissen, ich habe eine Flexibilität, ich habe eine Deutungsmöglichkeit und eine Deutungshoheit in diesem angesprochenen freien Sinne und ich kann dann immer wieder entscheiden, was tue ich jetzt und was tue ich dann und was mache ich dann und so weiter. Wie gehe ich mit all diesen Dingen um? Achtsamkeit bedeutet, ich kann mir immer wieder darüber im Klaren sein, dass vieles, vieles vorhanden ist, dass ich auch noch wahrnehmen kann, dass ich wissen kann, dass ich erkennen kann, dass ich mir merken kann, dass in meinem Gedächtnis veranlagt ist und so weiter. Und Achtsamkeit bedeutet, ich muss nicht immer vor allem auch unmittelbar auf etwas reflexhaft und impulsiv reagieren. Bitte, die Impulsiv und die Reflexe haben ihre Bedeutung, aber nicht immer und um jeden Preis, sondern ich kann eben auch mal Dinge stehen lassen. Ich kann sie einfach stehen lassen, wie ein Psychoanalytiker beispielsweise, der sagt, okay, passiert das, ich höre einfach zu, ich bin vollkommen anwesend mit diesem Klienten, aber ich gebe nicht immer gleich einen senfenden Kommentar hinein. Geistiges also als, und wir gehen mit Geistigem um und wir meinen Geistiges, Mentales in dem Zusammenhang als erkennender und konstruierender Prozess. Dieser Prozess ist niemals abgeschlossen. Also wir müssen uns doch immer wieder darüber im Klaren sein, dass mentale Prozesse, geistige Prozesse niemals abgeschlossen sind, sondern in einem ewigen, fortdauernden Fluss vorhanden sind. Und damit sind sie nicht bestimmt oder fertig, sondern tatsächlich nur in diesem Fluss, in diesem Vorübergehenden, in dem, das hat jetzt gerade irgendwo einen Sinn oder das macht Sinn oder da kann ich eben reagieren, aber ich muss mich stets in meinen Reaktionen anpassen und immer wieder flexibel sein, weil die Dinge verändern sich stets und ständig. Also ein ständiger Zustand, diese dann auch Metakognition, freie Assoziation und Achtsamkeit, quasi so ein Urzustand oder so ein Grundzustand, das ist vielleicht der bessere Ausdruck an dieser Stelle, von uns Menschen. Den können wir also konzentrieren, da haben wir ein Thema, wir haben eine Aufgabe und wir können uns gewissermaßen darauf konzentrieren oder bis zu einem bestimmten Punkt darauf konzentrieren, wir bemühen uns, wir tun etwas, wir halten auch etwas, wir halten auch etwas aus, aber wir können es nicht festhalten letztendlich. Nichts ist festhaltbar und alles dient letztendlich immer als prozessualer, flexibler Bedürfniskomplex. Nicht halten wir ihn zu stark fest oder zu einseitig fest, dann bekommen wir Probleme, dann entsteht beispielsweise Störung, dann entsteht Pathologie, dann entsteht Angst, dann entsteht Zwang, dann entsteht Depressivität und so weiter und so fort. Wir denken, wie wir denken, wir assoziieren, frei. Ich möchte das nochmal betonen, das ist mir ganz wichtig an der Stelle und eine wichtige Aufgabe, die wir verfolgen können, immer wieder mit Menschen. Wir assoziieren frei. Wir können gefüllt werden von der Welt. Wir sind offen für die Welt. Das ist auch gemeint, beispielsweise im Buddhismus, mit dem es gibt eigentlich gar keine Persönlichkeit. Damit meinen sie nicht die Identität eines Menschen, sondern sie meinen, du bist frei, du bist offen für vieles, für Weites, für den unendlichen Geist, der immer wieder da ist. Das ist gemeint mit dieser Freiheit. Und die Bewusstwerdung dieser Prozesse ist etwas ganz Wesentliches. Wenn uns das gelingt, Menschen ein Stückchen beizubringen, zu sagen, du kannst immer wieder frei werden, du kannst immer wieder neu schöpfen, du musst tendenziell nicht festhalten und die ganzen Dinge immer wieder rekonditionieren und immer wieder aufs Neue konditionieren und damit deine Pathologie täglich und tagtäglich und immer wieder neu konstruieren, damit hast du dann ein Problem. Du musst das nicht, sondern du bist frei darin. Also die Wahrnehmung öffnet sich für diese Art von Mindfulness. Meta bedeutet auch über in dem Sinne, das Eingangszitat, was Sie erbrachten, ist sich überraschen lassen und auswählen können. Metakognitive Therapie lebt zum Beispiel davon, dass ein Klient nicht nur einseitig eingestellt ist auf seine depressiven Grübeleien. Die werden zwar zugelassen, die haben also einen Raum, einen Rahmen, gemäß dem Prinzip auch oder den Möglichkeiten, nehme das, was ist, bin nur einfach depressiv, bin ich depressiv, der ist nun mal da und das erkenne ich an und das lasse ich auch zu, nicht für ein gewisses Zeitintervall, für gewisse temporäre Bedingungen, aber ich achte immer wieder auch auf das andere. Was ist denn da anders noch plötzlich? Höre ich den Vogel da hinten, nehme ich diese Geräusche der Straße, des Straßenverkehrs teil, nehme ich diese Dame dort hinten wahr mit den blonden Haaren, kommt plötzlich ein Traumfragment auf, das ich heute Nacht geträumt habe und das fällt mir ein, frei assoziativ und das ist auch da plötzlich und da entstehen ganz unterschiedliche Gefühle dadurch. Das heißt also, ich habe in diesem Meta-Rahmen immer die Möglichkeit, etwas auszuhebeln, mich hinwegzuheben, mich emporzuheben, geradezu metaphorisch gesehen jetzt und für etwas anderes offen zu werden, für die anderen Möglichkeiten, die ja eigentlich stets da sind. Ich muss nur hingucken, hinhören, hinriechen, schmecken und all die Wahrnehmungen und das, was wir auch nicht an Wahrnehmung kennen, also an impliziten Wahrnehmungsinputs, die ja auch stets vorhanden sind. Das heißt, wir entdecken dadurch als Menschen in dieser Meta-Haltung, in dieser frei assoziierenden Haltung oder achtsamen Haltung, etwas Neues und anderes. Das ist wichtig. Also ich möchte hier nochmal wiederholen, es ist möglich, wir erkennen die Pathologie eines Menschen, die Gestörtheit oder die besondere Geartetheit eines Menschen an, aber es gibt gleichzeitig noch etwas anderes oder in der Angst verbirgt sich etwas anderes. Wenn wir zum Beispiel durch die Angst, wie auch immer sie konnotiert ist, hindurchgehen und uns ihr öffnen und sie annehmen, wahrnehmen und mit ihr umgehen und uns berühren lassen und sie zum Ausdruck bringen, zum Beispiel eben verbal, durch eine Verbalisierung, durch eine Bewusstwerdung, Mindfulness, Achtsamkeit, dann entsteht dadurch etwas anderes. Die Angst wird nicht bleiben, sondern es entsteht etwas anderes dadurch und das ist eben die Öffnung für die Veränderung. Meta heißt also, es ist vieles vorhanden. Man kann die Dinge immer wieder nebeneinander stehen lassen. Man kann sie in einer Konzentration, obwohl man auch sehr konzentriert ist und lernt, sich auch sehr stark zu konzentrieren, doch gleichzeitig auch sehr flexibel handhaben, einsetzen, gewissermaßen und aussetzen. Verschiedene Themen aufgreifen und immer wieder zu entscheiden, welches Thema ist jetzt wirklich in einer Art von selektiven Aufmerksamkeit wichtig und welches Thema ist nicht wichtig. Welches ist bedeutender jetzt gerade unter diesen Umständen und welches ist unbedeutender. Können Sie die Sachen eben zu einem bestimmten Zweck verfolgen und dann kommt etwas anderes. Das hat zu tun mit Querdenken. Querdenken im weitesten Sinne, im allgemeinsten Sinne. Immer wieder offen zu sein für das Vernetzen, für das Verstricken, für das Assoziieren. Und für all das, was parat ist, eben auch im ganzheitlichen Sinne tatsächlich offen zu sein und bereit zu sein. Da ist zum Beispiel ein Körpergefühl. Nicht ein bestimmtes Körpergefühl, wenn du irgendeine Nuance gerade wahrnimmst, zum Beispiel hier die Spitze, diese goldene Spitze dieses Türmchens auf dem Dach. Nicht, dann entsteht ein Gefühl in mir oder ich sehe eine rote Farbe und durch die zum Beispiel Erinnerung an einen Traumfragment, wo ich etwas Rotes gesehen habe, kommt ein besonderes Gefühl in meinem Körper auf. Und dann achte ich auf dieses Gefühl und vergegenwärtige mir das Gefühl. Und das Tolle ist ja an den kognitiven Funktionen, dass wir ein Gedächtnis haben, das uns stets das bereitet und parat hält. Also, dass er im Laufe eines Lebens angefüllt wird mit unheimlich viel Material und darüber hinaus. Das ist ja nicht nur ein Speicherwissen jetzt im individuellen Sinne oder im neurologischen Sinne, im Sinne eines Großhirns, sondern da sind ja auch noch andere Dinge vorhanden, die über das Gedächtnis hinausgehen. Ja, wir konzentrieren uns, wir haben ein Projekt, wir haben eine Aufgabe, wir können etwas erfüllen bis zum gewissen Grad und dann kommt eben etwas anderes. Und wichtig ist eben, dass wir dazu bereit sind und dass wir uns öffnen können als Menschen für das Sinnvolle. Und sinnvoll ist immer das, was du als sinnvoll, als Mensch betrachtest. Nur du in deiner Art und nicht dein Lehrer, nicht deine Frau, nicht dein Professor oder irgendein Fritz oder irgendwas. Ich meine, wir bewegen uns natürlich gemeinsam in einem gemeinsamen sozialen Kontext. Das ist ja schon wichtig und damit haben wir auch gewisse generelle Umgangsformen und all das ist schon richtig und müssen uns anpassen aneinander. Aber letztendlich bleibt die Sinnschöpfung immer deine eigene Sinnschöpfung in deiner Persönlichkeit. Und es ist auch wichtig, manchen Dingen einen Sinn zu verleihen, dass du sagst, so das ist jetzt meine Aufgabe, das ist mein Job, da bemühe ich mich meiner Ehe, die Ehe einigermaßen zu gestalten oder in der Kindererziehung dieses oder etwas anderes zu tun. Also zum Beispiel auch flexibel zu sein und anpassbar. Und dann gibt es Dinge, die vielleicht jetzt, ja, außen vor gehen, wo ich aus dem Fenster gucke und immer wieder aus dem Fenster gucke oder verharre und in die Sonne schaue und auf einer Bank sitze und es mir gut gehen lasse. Also nichts tun. In dem Sinne von den Nicht-Konzepten, die ich oft an anderer Stelle auch anspreche in den Audios. Das sind ja Nicht-Konzepte. Wir tun auch oft gar nicht. Wir sind leer. Wir lassen uns leer sein. Und das entsteht unmittelbar aus dem Leben heraus. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Das passiert immer wieder zwischendurch. Das Nicht-Tun, das Nicht-Machen, das Nicht-Verfolgen in einem gewissen Zusammenhang, das Nicht-Schematisieren. Und insofern besteht unser Alltag, unser Leben immer wieder aus dem, was wir verfolgen einerseits, was also eine gewisse Aufgabe ist für einen gewissen Zweck und das andere, das eben zwischendurch da ist. Also das Inhalten, das auf die Atmung achten zu sagen, es ist einfach nur meine Atmung. Ich tue jetzt gar nichts irgendwo. Ich genieße ja gerade den Kaffee oder sowas. Gucke aus dem Fenster. Ich bin Frühstücksgenießer und all das. Und dadurch entsteht doch etwas sehr Komplexes in deinem Leben. Und ich denke, diese Begrifflichkeiten, Metakognition, und wenn wir jetzt speziell den Rahmen betrachten, Metakognitive Therapie, in der es essentiell eigentlich darum geht, dass jemand dazu vorbereitet wird, darauf zu achten, wie denkt er denken. Jetzt denkt er gerade und dieses Denken kriegt er in einem bestimmten Abstand, also im Sinne der Achtsamkeit tatsächlich. Also er beobachtet da diesen ganzen mentalen Prozess, der da ist und sagt, okay, depressive Gedanken sind da oder Ängstlichkeit ist da oder Angst vor etwas Bestimmten ist da und so weiter. Ist gut, ist in Ordnung, kann ich tun, auf jeden Fall. Ist eine Möglichkeit, ist ein Konzept innerhalb dieses frei assoziierbaren Rahmens, aber ich muss es nicht einseitig, immer weiter einseitig verstärken, tunen, beleuchten, immer nur den Spot darauf hängen, sondern mein Spot, mein Scheinwerfer, den ich habe, der kann in dem ganzen Raum, in diesem unmittelbaren Umfeld meiner Persönlichkeit und darüber hinaus in den ganzen Raum hinein leuchten und dadurch verschiedene Aspekte sehen und frei assoziieren lassen und hat damit eben tatsächlich eine schöne metakognitive Flexibilität und damit Achtsamkeit. Und ich denke, um das abschließend noch zu sagen, dass diese drei zentralen Begriffe Metakognition, freie Assoziation und Achtsamkeit auf jeden Fall auch schon über Kultur greifend oder über Historien hinaus greifend schon lange vorhanden sind in der Menschheit und dass sich die Menschheit schon lange damit auseinandersetzt. Und das ist etwas sehr Zentrales, ist, dass man eben auch gemeinsam betrachten sollte. Ich bin ein ganz großer Vertreter von dem Interdisziplinären, von dem, ich betrachte den einen Aspekt der Forschung, ich betrachte einen anderen Aspekt der Forschung, aber wir gehen miteinander um und wir denken das miteinander durch und dadurch wird das irgendwie anders als nur einseitig zu sagen, das Schema muss ich jetzt auswendig lernen oder Gott weiß was.